Hallo und herzlich Willkommen zu Jagdmrx. Welche Zahlen musst du für die Buchstaben A, B, C, D, E, F und G einsetzen, damit richtige Rechnungen entstehen? Um dieses Kryptogramm lösen zu können, sollten wir uns zunächst eine Rechnung suchen, in der nur ein Buchstabe steht. Denn für diesen können wir herausfinden, für welche Zahl er steht. Es gibt nur eine derartige Rechnung, nämlich C plus C plus C plus C ist gleich 44. Für welche Zahl steht der Buchstabe C? Wir können für diese Rechnung auch 4 mal C ist gleich 44 schreiben, da das C viermal vorkommt. Und welche Zahl mit 4 multipliziert ergibt 44? Wir können hierfür auch die Umkehraufgabe 44 geteilt durch 4 lösen und erhalten 11. Somit haben wir herausgefunden, dass C für die Zahl 11 steht. Und wir schreiben jetzt über jedes C die Zahl 11 und suchen eine neue Rechnung, 11 plus 9 ist gleich A, also steht der Buchstabe A für die Zahl 20. Nun schreiben wir über jedes A die Zahl 20 und suchen nach einer neuen verräterischen Rechnung. 4 mal D ergibt 20. Wir können wieder die Umkehraufgabe lösen, indem wir 20 geteilt durch 4 rechnen. Wir erhalten für D die Zahl 5. Nachdem wir über jedes D die 5 geschrieben haben, geht es auch schon weiter. Welche Zahl geteilt durch 5 ergibt 10? Wir können, um dies herauszufinden, auch 10 mal 5 rechnen und erhalten für B die Zahl 50. Nun fehlen uns nur noch 3 Buchstaben bzw. 3 Zahlen. Die nächste Rechnung ist ziemlich lang. Wie können wir das E berechnen? Wenn wir von E 5 und 2 mal 20, also 40, subtrahieren, dann erhalten wir 13. Wir können also auch 13 plus 5 plus 40 rechnen. Für E steht somit die Zahl 58. Jetzt bleiben nur noch 2 Rechnungen übrig und in beiden Rechnungen sind jedoch jeweils 2 Buchstaben unbekannt. Was können wir tun? Eure Ideen hierzu könnt ihr in die Kommentare unter dem Video schreiben. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir eine Lösung beispielsweise durch systematisches Probieren finden wollen. Wir erstellen uns dazu eine Tabelle. In der ersten Spalte stehen die Zahlen für G, in der zweiten für F und in der dritten Spalte überprüfen wir, ob das Produkt F mal G tatsächlich 24 ergibt. Die letzte Rechnung, F minus G ist gleich 10, verrät uns, dass F für eine Zahl steht, die um 10 größer als die Zahl für G ist. Außerdem wissen wir, dass G größer 0 sein muss, da sonst F mal G nicht 24 ergeben kann. Folglich sollten wir mit G gleich 1 beginnen. Für F ergibt sich dann die Zahl 11 und 1 mal 11 ergibt aber nicht 24. Also kann dies nicht die gesuchte Lösung sein. Weiter geht es. Wählen wir G gleich 2, so erhalten wir für F die Zahl 12 und 2 mal 12 ergibt tatsächlich 24. Volltreffer! Insofern können wir nun auch noch sagen, dass für F die Zahl 12 und für G die Zahl 2 steht. Damit haben wir alle Buchstaben herausgefunden und das Kryptogramm gelöst. Wenn ihr Lust habt, dann denkt euch doch ein eigenes Kryptogramm aus und lasst es von euren Freunden lösen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann solltet ihr unseren oder besser euren Kanal abonnieren. Wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues auf eurem Kanal gibt. Alles Gute, alles Liebe, euer JagdMrX.